Das Dresdner Ingenieurbüro Paul entwickelt bedarfsoptimierte IT-Lösungen für zukunftsorientierte Unternehmen. In den Bereichen E-Commerce, E-Learning und Systemintegration bietet der innovative Dienstleister vom Komplettangebot bis hin zur spezialisierten Anwendung das passende Produkt und vereint dabei professionelle Softwareentwicklung mit kompetentem Media-Design. Mit einem ausgeprägten Gespür für die Bedarfsentwicklung von morgen gehören mobile Anwendungen ebenfalls zum Leistungsspektrum. Eine ausführliche und intensive Kundenberatung dient zunächst der Orientierung. Auf Basis der individuellen Anforderungen des Kunden entwickeln die Spezialisten anschließend die hochwertigen Lösungen unter Einbindung aller relevanten Medien. Ingenieurbüro Paul. Software and Media.